Zwei Mädchen aus dem Süden von Texas werden vermisst. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen. Fahren Sie heim, Mr. Beckwith. Das hier ist kein Ort für Sie. Was hat die Polizei gesagt schon? Sie kümmern sich drum. Irgendjemand da draußen weiß, was passiert ist. Und wo Sie sind. Nein, bitte nicht. Du hast versprochen, dass du uns beschützt. Aber das hast du nicht. Sie macht sich Sorgen. Genauso wie wir. Sie ist meine Tochter. Leider arbeiten die örtlichen Behörden oft auch für das Kartell. Sie nennen sich Los Mercenarios. Sie sind das Allerletzte. Enthauptungen, Folter, einfach alles. Lee, ich finde dich. Wir haben ein Problem. Bereit? Bereit, wenn du es bist. Ich hole Lee zurück. Solltest du mir sagen, dass sie noch lebt. Also, ich finde dich. Ich hole mich mit dir. Ich hole mich mit dir. Wenn du es bist. Ich hole mich mit dir. Ich hole mich mit dir. Ich hole mich mit dir. Und ich bin ein Problem.